Eine männliche und charismatische Nase, das hat der Patient bereits jetzt mit einem leichten Haken und einem Nasenspitzenabfall, diese zu korrigieren und auch am Ende immer noch passend und harmonisch zu den Gesichtszügen zu behalten, das ist das Ziel. Natürlich ist das Endergebnis erst dann, ungefähr nach zehn Tagen, wenn die Hyaluronsäure sich optimal an die Nase angepasst hat, aber man kann hier schon einmal eine Vorschau dessen sehen, wie es ungefähr am Ende erscheinen wird und ich denke, das Ergebnis ist toll.